Wir haben da eine ideale Entwicklung, dass am Flughafen ein neuer Bahnhof entsteht. Der ist mindestens so wichtig wie der im Tal. Die Vernetzung, Autobahn, S-Bahn, Flughafen, Messe, die Bundesstraße nach Tübingen und Eutlingen. Und ein neuer Flughafenbahnhof ist einmal Europa, außer einem Hochseehafen bekämen wir alles. Wir dies abnehmen muss irgendwo die Fakten verkennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. In my homeland, Baden-Württemberg.